Servus Leute! So das mal im Test. Höhlendonner. Sechsfachschlag. Reiber. Altklasse 2 Österreich von Bürotechnik. Schickl. Bürofax. Höhlendonner. Jetzt musst du dir mal die Finger anschauen, wie lange die sind. Scheiße. Die ewig langen Piraten. Reiber. Schaut, dass es das so nimmer gibt. Nein, schaute eigentlich. Ui. Oh, das passt nicht. Oh, nicht mehr. Man hätte gedacht, der fliegt zu uns rum. Wenn ein Falsch rumlandet, muss man schauen, dass du wegkommst. Sollte das haben wir ja das eigentlich schon. Die lassen wir stecken. Wahrscheinlich gibt es aber nicht gleich die Fertel. Okay. Sollen wir mal in Wasser eine haben? Ja, ich habe noch eine Segel. Hast du? Ja, ja. Warte mal. Nein, würde es so interessieren, wie das im Wasser tut. Oh, jetzt hole ich die Reifel in mich gespissen. Egal. Gute Augen. Uh, der ist ins Wasser geflogen. Die haut es nochmal, gell? Hetzig. So, dann kriege ich die gleich schon so. Und dann hast du ganz eine saubere Ebene. Jo, danke. Auf die Ebene. Hast du nichts an das Wasser? Ja. Schauen wir, was geht, oder? Ja. Ja, ich glaube, der geht. Ja, ne, ne. Hopala. Ne, muss ich nicht mal aufheben. Oh, der geht, der geht. Na ja, soll ich mir mal denken. Weil meistens sind die verbunden mit der Garn-Lund. Stimmt, ne. Das ist ja auch so. Ja, ist mir bewusst. Ich schmeiße es an drei Flächen wieder. Jetzt sehen wir es. Ja, bis fast in der Hand los, gell. Ja, bock. Alter. Ja, aber die sind schon noch geil, ne? Ja. Wie, wie, wie? Witzig. Ja, schau, du machst wieder so ein Ding. Mit der Garn-Lund, schau. Und das noch unzinst, dann geht's nochmal. Ja. Das ist für die Mutigen. Ja, aber das soll man auch nicht machen, ne? Nein. Das war's auch schön gewesen mit dem Test. Also, bis zum nächsten Mal und servus. Ja, sind scheiße. ن Internこれ Band Yamaha. Was war's mitgearson und nicht. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann